Ja, da sind wir auch beim nächsten Part. Ähm... Nur mal zur Info, falls ihr was in die Kommentare geschrieben habt, irgendwie... Ich werd's erst spät gelesen können, weil das... Ich hier... Eine, also eine. Nur eine, aber Platz für drei. Nur weil ich Nachtlichter sehe, heißt das nicht, dass es sich um ein scheiß UFO handelt. Wir glaubten, dass es mal drei waren. Und ich glaube, dass Elvis noch lebt. Ich kauf aber trotzdem keine Konzertkarten. Was ist mit den anderen Bomben? Eine ist schon hier. Dann wissen Sie also nichts von Paris? Sie haben verstanden. Wer hat das nicht verhindert? Wer hat was nicht verhindert? Meinen Sie ihn? Er war früher russischer Spetsnaz. Wimpel-Einheit. Dimitri Dima Majakowski. Genau der Typ von Soldaten, der nicht zufällig irgendwo auftaucht. Wir wissen, dass Sie ihn kennen. Wir sind uns begegnet. Wollen Sie damit irgendwas andeuten? Wir glauben, Sie wissen, warum wir in Paris waren. Wenn Sie mir erzählen, was in Paris passiert ist, sag ich es Ihnen. Wir wissen nicht viel mehr als Sie. Der einzige, der weiß, was wirklich in Paris passierte, ist Dima. Oh, willkommen in den nächsten Part. Was ich noch sagen wollte, ist, ich nehme ein Reihe auf, dass er das Kommentar umgerechnet lesen könnte. Ich hoffe, dass die Amerikaner nicht machen, was sie in New York machen wollen. Du, hast die Regeln bestätigt? Ja, und das ist wichtig, dass es javerlässig ist, dass es nicht so gut geht. Wie ist es mit französischer Polizei? Wenn es die Bombe zerreste, dann wird es in Russland gegründet werden. Dann Millionen sterben. Es ist ein paar mörderes Polizisten. Das ist ja so, wie es mit dem. Solomone ist ein verdammter Psych. Wenn man seit dem, dass er schlussiert, dann will er auch noch einen Rival. Solomone ist ein Psych. Er weiß, was er will. Er will sein, dass wir hier bei Triumphalen Arke waren. Ich weiß, was ich gesagt habe, dass es Menschen sein, wie wir hier sind. Ja, heute einige Leute wissen, was wir für Menschen gemacht haben. Ich weiß, dass ich immer darüber nachdenke mich. Das tut mir leid. Aber ich versuche es sich selbst zu bedenken. Wir sind in der Fall von Fonds. Das war's für heute. Party Da 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 Wladimir Oh, steht auch Wladimir Ok He Wladimir 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 Auto Tja, ich glaube manchmal ist das Verlesen nicht schlimm Ähm Es ist manchmal ist das Verlesen echt scheiße, würde ich sagen Tja, aber was kann man da schon tun? Da kommt man gar nicht rüber Tja, Tja, ich bin Tja, ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 Klar, ich kann an einem Auto vorbei, er explodiert. Das sind einfach zu viele Autos. Also, nochmal. Ich bin ein Huxo-Macheter. Das war's. So, Ich bin der Mann, ich bin der Mann. Blöd, die auch immer die Sachen da hinstellen müssen. So dass man nirgends vorankommt. Jetzt reicht's mir. Interessant, dass das Feuer gut aussieht. Ah, okay, ich geh schon. Vielleicht würd sagen, das war ein glatter Trettung. Ich hab dich schon. So, wir machen jetzt, äh, nicht so, nicht manchmal, aber, okay. Das sein muss, muss sein. Jetzt hab ich schon geschaut sehen. Eine Kugel verschwendet. Okay, komme! Ich vollidio! Ich schieß das mal auf die Bombe! Tschüss! Oh, danke! Oh, der Arme! Ich glaube, wir müssen hier auf die Bombe schießen. Oh, der Arme! 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 Ja, aber. Ich muss das jetzt mal einfach besser hingucken. So. 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 , 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 so.